Und weiter geht es in der RUBO Season 2 und heute noch das schwerste Level, was bisher auf uns zukommt, ist Ballonfahrt. Aber nachdem wir das Labyrinth ja geschafft haben, sollte es ja auch machbar sein, die Ballonfahrt zu verstehen. Und dann schauen wir mal, wie viele Versuche wir brauchen, bis es klappt. Also wir machen bei der Ballonfahrt, dem lief so lange, bis es klappt. Und dann starten wir mal durch. Und da ist er da. Aber ein großer Sprung für die Menschheit. Ja, also eigentlich heißt es immer ein kleiner Sprung FUGO, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Ja, und wie immer hat das Spielchen, dieser Ballon, der ziemlich zerrissen ist, reißt jetzt ein Lappchen. Schön, dass ich jetzt auch noch mitten da dran reinquatsche. So. Ja, und die Devise heißt immer möglichst in der Mitte bleiben. Kann eigentlich nicht passieren. Und, 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 da. Jawohl. Sehr schön, da gibt es ja dann noch eine heikle Stelle. Ich hoffe, wir verlieren dort kein Leben. Das letzte Mal haben wir es sogar auch mal geschafft, da durchzukommen ohne Leben zu verlieren. Wo, 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 wo. Genau die Stelle meinte ich. Das ist wohl ein Extra-Leit-Ballon. Genau das meine ich. Diese böse Stelle. Was war denn das? Jetzt reiß dich mal am Riemen. Das ist gemeint, diese Stelle. Ja, damit haben wir jetzt nur zwei, dürfen wir einmal dann patzen. Aber den Rest sollten wir definitiv schaffen. Toll. Fliegen wir schon mal hin und kriegen wir wollen. Danke. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die Steine fallen, deswegen bin ich dafür, dass ich bin in der Mitte, weil man dann sofort, genau jetzt, dann in die gegensätzte Richtung ausweichen kann. So. Das hoch, runter, hoch, roll. Das haben wir gemeistert und jetzt schnell rüber. Schön, und damit hätten wir die erste Halbzeit geschafft. So weit, so gut. Aber das dicke Ende kommt erst noch. Ja, das kommt nämlich jetzt, das dicke Ende. So, lunte, runter. So, dann fahren wir jetzt mal ein bisschen runter und jetzt auf dem, äh, ja, oh, oh. Oh ja, Schweißtropf schon und dann, jetzt ist er gerissen, Luft entweicht und jetzt geht es hier lang. Und hier ist es wie immer sehr gefährlich, vor allem mit der Null gleich drücken. Null, 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 Null. So. Ja, ich habe da immer den Drang, äh, die Null so laut zu rufen, als ob ich, ähm, als ob ich die, äh, äh, schreien müsste, die Taste. Also so wie damals, äh, die Google-Leute. So. Ja, das passt. Null, 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 Null. Nein. Das räumt wirklich manchmal ein, den... Oh, ist das knapp. Aber da haben wir es geschafft. Ja. Nur ein Leben vergeigt. Yippie! 1A-Spitzenlandung! Aber das ist vollkommen wurscht. An dieser bösen, heiklen Stelle, da kann es mal passieren, aber hier haben wir es gepackt. Sehr schön. Hugo, super gemacht. Das würde ich mir... Oh, Schlüssel jetzt auch mal. Voll. Da ist es nicht leicht mit die Holzen, hier, Mann. So muss das sein. Ja, endlich auch mal die Schlüsselzähne. Hat man bisher noch gar nicht. Ja. Und damit hat das auch wunderbar funktioniert. Mit der Ballonfahrt. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder, wenn es dann wieder heißt, ein Su-Spielchen. Und dann geht es weiter hier in Season 2. Scheiße ist auf jeden Fall wieder ein. Und bis dahin sagt der Jan immer, ciao.